Der Oberstein ist natürlich für viele ein völlig unbeschriebenes Blatt. Dazu muss man wissen, dass das die drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga ist. Zuletzt haben sie in Trier 3 zu 0 gewonnen, da haben unsere Jungs im Herbst verloren. Also das muss man einfach so in die Waagschale werfen, dass hier eine der besten Auswärtsmannschaften der Liga kommt, wenn nicht die beste. Und unser Konzept ist halt hier, den Stärken, die die Natur gemäß haben, die liegen nicht nur in der Defensive, sondern auch im schnellen Konterspiel, im Ausschwärmen, dass wir das möglichst weitgehend verhindern wollen und unsere Stärken einbringen, die ja auch vorwärtsorientiert sind. Und da bin ich sehr neugierig, wenn jetzt diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Wir gehören ja eher zu den heimstärkeren Mannschaften der Liga gegen die gefühlt stärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Es wird ein hochinteressantes Spiel morgen Abend. Diese Mittwochspiele, die wir jetzt gerade in Serie haben, die sind ja diesen Spielausfällen geschuldet. Das ist dem Terminplan geschuldet, der meiner Meinung nach sehr optimistisch war. Es wird der komplette Juni weggeschenkt. Das sind einfach Dinge, die auf Dauer nicht mehr gut gehen können. Und man sollte vielleicht auch im Sommer, im Spätsommer eben häufiger spielen, wo die Plätze noch top sind und das, weil er doch einigermaßen besser ist. Wenn ich jetzt den Stand von heute nehme, er ist täglich zu Gange. Er macht sein Reha-Programm sehr diszipliniert. Und da besteht schon die berechtigte Hoffnung, dass er mit Beginn der neuen Saison wieder im Kader ist. Und dann natürlich hoffentlich zu alter Torgefälligkeit wieder zurückgekehrt.